Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich bei so einer Sofortbildkamera Instax Mini 9 oder auch 8 von Fujifilm einen Film richtig einlegen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Freundin will schon seit Ewigkeiten so eine Sofortbildkamera haben. Morgen hat sie Geburtstag, deswegen das perfekte Timing. Doch davor muss ich hier noch hinten mal einen Film einlegen. Und wie das geht, siehst du jetzt. Da die Kamera jetzt neu ist, müssen wir erst einmal diese zwei Batterien hier rein tun. Hierfür das Ganze einfach einmal drehen. Hier haben wir unser Batterienfach. Hier etwas Druck drauf geben und nach rechts wegziehen. Dann hat sich das Ganze auch schon geöffnet. Nun hier drinnen einmal nachlesen, wo Plus und Minus hin muss. Und dann die Batterien richtig herum einsetzen. Zuerst die untere hier und danach noch die obere richtig rein drücken. Und das Batterienfach wieder schließen. Und somit haben wir diese auch schon richtig drinnen. Als nächstes können wir auch schon den originalen Film einlegen. Hierfür die Rückseite von einer Kamera nehmen. Hier ist nämlich so ein kleiner Hebel. Diesen einmal leicht eindrücken. Dann können wir das Fach hier hinten auch schon öffnen. Und dann nehmen wir einmal unseren originalen Film hier aus der Verpackung raus. Dieser ist natürlich jetzt noch gut verschlossen. Hierfür, wie auf der Anleitung zu sehen, das Ganze einfach einmal aufreißen. Das kann jetzt etwas umständlich sein bei dieser komischen Verpackung. Na gut, also das Ganze aufreißen. Und dann müssen wir jetzt einmal schauen, wo hier oben dieser gelbe Strich ist. Hierfür am besten einmal das Ganze von außen anpacken. Hier können wir nämlich auch einen gelben Strich sehen. Und deswegen müssen wir den Film jetzt von oben gerade hier so einfügen. Dass der gelbe Strich natürlich hier bei dem gelben Strich auch dort ist. Und nun können wir das Ganze auch schon wieder schließen. So lange, bis das hier eingelegt. Und das Fach ist geschlossen und der Film ist richtig eingelegt. Noch kurzer Hinweis. Beim Kauf ist auch immer so ein Sicherungsband da, dass du einfach in dein Angelenk tun kannst, dass die Kamera nicht so leicht runterfällt. Dieses können wir entweder hier auf der Seite bei diesen zwei Löchern oder auf der anderen Seite bei den zwei Löchern reingeben. Ich mache das jetzt mal hier auf der rechten Seite nur kurz. Hierfür vorne die Schlaufe etwas enger machen. Ein Loch reingeben. Dann etwas nach vorne drücken. Auf der anderen Seite kommt schon die Schleife, also die Schlaufe wieder raus. Dann einmal die zweite Hand hernehmen. Das ganze Band durch die Schlaufe durchgeben. Einmal noch durchziehen. Und am Ende noch etwas straff ziehen. Und schon haben wir auch dieses Band hier richtig befestigt. Jetzt müssen wir die Kamera einmal einschalten. Hierfür hier unten auf den Knopf etwas fester drauf drücken. Ist auch schon geschehen. Und jetzt einmal den Auslöser betätigen. Denn dadurch kommt eine schwarze Filmabdeckung, welche den Film vor Licht schützt, hier oben das erste Mal raus. Und danach können wir die Kamera auch schon benutzen. Heißt, ich drücke auf den Auslöser. Natürlich genau in mein Gesicht geblitzt, so wie es sein muss. Und diese schwarze Filmabdeckung ist schon draußen. Wenn die Kamera kein Geräusch mehr macht, das Ganze hier oben einmal an der Ecke anfassen und einfach nach oben rausziehen. Und somit ist diese Abdeckung auch schon weg. Wenn wir jetzt nochmal die Rückseite betrachten, hier unten ist dieser Zähler von S auf 10 gegangen. Bedeutet, wir haben jetzt 10 Filme sozusagen eingelegt. Kann 10 Bilder machen. Und hier oben übrigens noch so ein kleines Kontrollfenster, wo du den gelben Strich von vorhin sehen kannst. Das bedeutet einfach, dass der Film hier eingelegt ist. Nun kann ich diese Sofortbildkamera meiner Freundin morgen mit gutem Gewissen zum Geburtstag schenken. Denn sie kann sofort beginnen, Bilder zu machen. Wenn du dir jetzt übrigens hier einen Ersatzfilm, Ersatzbatterien oder auch einfach diese Instax Mini 9 zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hier für Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität zu einem relativ günstigen Preis von Markenherstellern und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Unterschieden hier zulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.